So, ich bin gespannt, was in der Packung drin wird. Hier sind ja immer Charaktere ganz drin und... Ja, hat mich jetzt eine Stunde gedauert? Weiß ich nicht, wie viele Matches das jetzt sind. Hab ich ja auf Band. Kann ich ja gleich mal nachzählen. Aber, naja, ist ja egal. Äh, kann man ja mal nachschauen. Dann weiß man, nächstes Grunde... Hä? Ist doch noch genug Zeit. Aber ist egal. Mit 75.000 kann man sich so einen Charakter kaufen. Es gibt genug eigentlich. Wenn man noch beide Seiten dazu zählt, das ist eigentlich schon mehr als genug. Ist zwar random. Ich weiß nicht, ob die doppelt vorkommen können. Das ist das Ding. Ähm, und wenn ja, dann wäre das ja echt übel. Ich will das Team wechseln. Ich will den hier spielen. Der Erbsenwerfer. Der Erbsenwerfer. Wieso können die denn verschiedenen Spielen loslaufen? So, jetzt haben wir schon einen, den ersten. Sehr gut, guys. Sehr gut, guys. Ah, dieser glitchige Bastard, alter. Wer habe ich denn jetzt? Ein zweiter Platz. Okay. Ich versuche mal hier so in... in den Seitengassen ein bisschen aufzuräumen. Die, die sich hierhin verirren. Ich hab's versucht. Alles ein bisschen leidig. Also, das Kugeln-Einsammeln, das... Das... Außer das Sterben. Ist natürlich instant. Ist klar. Ich flankier sie mal. Die Dudes. Oh, hier ist irgendwie keiner. Das ist echt Toto-Rose hier. Was ist denn los? Wie viele sind das denn? Das sieht doch nach vielen, vielen Spielern aus. Aber keiner zu sehen. Die Map ist einfach groß. Oh, hier. Oh, hier ist einfach großartig. Aber wir gewinnen das, glaube ich. Relativ hoch. Oder? Ja. Richtig hoch. Oh, hier ist ja noch... Ah, hier ist ja noch... Ah, hier ist schon... Ah, hier ist ja noch... Leben lohnt sich schon, da. So, noch 6 Stück. Geist Piss dich von meinem Kill, ey Geht mir einen nuckeln, ey Aber es ist ein ziemlich harter Stomp jetzt hier Huiuiui, GG, GG, GG Doch so wenig Punkte Ich bin nicht dabei Ich bin auch mal Alter, der hat aber auch Der hat es verdient 3000 Punkte Alter Wenn ich Glück habe Kann ich im nächsten Match In diesem Part noch die Packung öffnen Und dann mache ich erstmal eine Pause Von Garden Warfare Schauen wir mal Ja Wir müssen irgendwie die Zeit hier überbrücken Ähm Ihr könnt mir hier vorschlagen Oder sagen was ich Let's Playen soll Ich habe zur Auswahl Bloodborne, GTA 5 Also für die PS4 Bloodborne, GTA 5 Far Cry 4 Until Dawn Borderlands Last of Us Dying Light So Die restlichen Spiele Let's Play ich sowieso Oder Habe ich keinen Bock Destiny habe ich gerade nicht so Bock Habe einen auf dem Level Cap Das reicht mir auch erstmal Call of Duty Black Ops 3 Weiß ich nicht Spiele ich eher so privat quasi Ohne Aufnahmen Weil ich auch nicht so gut bin Und Ist auch so stressig Ich spiele es in letzter Zeit nicht so viel Und Ähm Moment Und ähm Ja Ja Dying Light weiß ich noch nicht Das ist so Ah Da 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 macht mich das Motion Blur Und Die FPS Und so Da krieg ich echt Motion Sickness von Obwohl ich Resistent Ähm Relativ Resistent gegen sowas bin Aber Dachten wir auch nicht Bei dem Spiel , Ehm Die Ah Ehm Kom sind Genau Stomp, oder was? Ich hab auch gesehen. Da hat er mich. Hülsenhüpfer, ja. Aber... Ja, zwei Kills ist eigentlich okay. Wollen wir mal gucken... Ob ich hier einen mit dem Maketenwerfer vielleicht noch 11... Ich hab noch ganz schön lange geslowed. Ich muss die Dinger auch einsammeln, Guys. Und denen das denyen, natürlich. Wenn... Wenn wir sterben. Teamwork, Guys. Nimm das doch ein! Check's nicht! Bist! Bist! oh shit oh shit Na gut, an der Stelle, wo vielleicht keiner meine Marke einsammelt Aber wir stompen schon wieder ziemlich hart So wie das Match gerade eben Das heißt, wir kriegen es wahrscheinlich nicht zusammen Also die 75-Toroll-Pingle sind nicht in den Tag zu werden Fuck it Der schon wieder Wieder ins Getümmel Noch ein Kill und Jede Sekunde kann es passieren Hereinspaziert, hereinspaziert Wir haben gewonnen Krasser Storm Oh, richtig wenig Irgendwie 5000 oder so 5,5 Ja, dann fehlen uns noch 500 Münzen Knapp Das machen wir aber im nächsten Part Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis dann